Hallo YouTube, schöne Grüße aus Holland. Wie ihr seht, bin ich nicht der Luca, sondern Kommentorio vom YouTube-Kanal Kommentorio.de. Luca ist noch einige Wochen im Urlaub und kann deshalb selbst keine Videos machen. Aber heute ist auf seinem Kanal etwas Schlimmes passiert, das ihr alle wissen sollt. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, auf dem Kanal sind alle Videos verschwunden. Das hat damit zu tun, dass anscheinend irgendjemand seinen Kanal gehackt hat. Und das ist natürlich, ja wenn ich es mal so nennen darf, total scheiße. Die Lage ist, dass der Kanal zum Glück noch da ist. Luca kann im Moment noch darauf zugreifen. Aber ihr könnt euch vorstellen, 300 Videos produzieren ist eine riesige Arbeit. Und wenn die dann auf einmal verschwunden ist, dann ist das für einen YouTuber auch sehr hart. Vor allem wenn man dann auch noch sieht, dass manche Abonnenten sofort deabonnieren. Deswegen habe ich eine wichtige Bitte an euch. An euch, an euch, an euch und an euch. Bleibt dabei. Luca wird in einigen Wochen wieder zu Hause sein und ihr könnt davon ausgehen, dass es dann wieder nagelneue Let's Plays für euch gibt. Darauf freuen wir uns natürlich sehr. Also, das war's für diesen kleinen Gastbeitrag. Habt ihr noch Fragen? Stellt sie dann in den Kommentaren. Da kann Luca sie selbst beantworten. Viel Spaß noch auf YouTube und keep filming!